Einmal zur generellen Information. Auf diesem Kanal vertrete ich interessante Meinungen, die nicht zwingend mit meiner eigenen Meinung oder der Maxime meiner Handlungen übereinstimmen. Ich kann diese Meinungen allerdings trotzdem argumentativ vertreten und freue mich auf zukünftige Diskussionen. Denn die ehrliche Diskussion ist der beste mir bekannte Weg, eine Meinung zu verbessern.